Moin zusammen, heute geht es um die Zukunft von LoL eSports. Es hätte schon früher von mir ein Video gegeben, aber ich war zwei Wochen im Urlaub. Deshalb konnte ich auf aktuelle Geschehnisse in der deutschen Szene auch nicht so ausführlich eingehen. Aber gut, kommen wir zu den relevanten Themen, die es so zu besprechen gibt. Es wird Changes für LCK und LEC Format geben. Es wird eine Art For Fun Winter Split geben oder Cup bei der LCK mit Fearless Draft. Das Ganze zählt dann eigentlich nur aus Qualifikation für ein internationales Turnier. Dann gibt es den Spring Split, wofür man sich für die MSI qualifiziert. Und dann den Summer Split mit der Qualifikation zur Worlds. LEC spezifisch kommt jetzt dann auch noch dazu, dass die Games, wenn möglich, auf Livepatch gespielt werden sollen. Finde ich sehr, sehr geil, weil es sackt einfach hart, wenn man das Game schaut und die Leute spielen zwei bis drei Patches behind. Wenn du Sachen jetzt aus dem Game einfach ausprobieren willst und dann feststellst, das macht ja gar keinen Sinn mehr, weil die spielen ja auf einem alten Patch. Das würde ich mir auch bei Worlds wünschen, dass der Worlds Patch einfach zum Beispiel eine Woche länger bleibt in Solo Queue. Weil mittlerweile sind wir bei Patch 14,21 und der Worlds Patch ist 14,18. Das heißt, es hat halt einfach gar nichts mehr mit dem Solo Queue Gameplay zu tun, was du jetzt hast, was die Leute bei Worlds spielen. Und es ist das größte Turnier des Jahres. Deswegen ist es meiner Meinung nach nicht ganz ideal, aber zumindest für die LEC wird das nächstes Jahr besser. Dann wird es auch Live-Matches in verschiedenen Ländern geben, um regionale Fanbases zu aktivieren. Finde ich einen sehr guten Change, weil es einfach vielen Leuten das Zuschauen erleichtert, die nicht spontan nach Berlin kommen können. Und deshalb wird es der LEC auf jeden Fall langfristig zugutekommen. Außerdem hat der Spring Split deutlich weniger Value für Worlds. Es gibt keine unnötigen Season Finals mehr. Generell ist das Format einfach ein dickes Improvement für mich, weil dieses Jahr war es einfach botenlos schlecht. Allein, dass es innerhalb von einem Jahr vier LEC-Titel zu gewinnen gab, hat einfach den Value von einem einzigen LEC-Titel komplett runtergesetzt, weil mit den einzelnen Titeln einfach um sich geworfen wurde. Das NA-System wird ja auch geändert. Da gibt es jetzt dann eine Conference League mit Brasilien. Ich habe es mir nicht allzu genau angeguckt, weil konkrete Sachen stehen noch nicht hundertprozentig fest und LPL gab es auch noch keine News. Aber jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, zu den ERLs, weil ich mich da zu Hause fühle und auch jahrelang zu Hause war. Ja, man muss es klar sagen, Riot gibt, so wie es aussieht, keinen Fick mehr auf Tier 2 eSports. Hat man jetzt vielleicht alleine schon an der Tatsache gesehen, dass nicht mal ein Admin beim Prime League Cup Finale da war, der einen Corona-Break durchführen konnte. Das Ganze war schon sehr fragwürdig, was da passiert ist. Ich möchte jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, es wurde alles gesagt, aber ich fand mein GIF von Mourinho schon sehr treffend, was ich auf Twitter gepostet habe. Deswegen kommen wir zu Format-Changes in den ERLs. Einige ERLs haben ihren TO, also Tournament Organizer, verloren. Deswegen weiß man da auch noch gar nicht, wie es weitergeht und ob es weitergeht. Also Polen, Benelux zum Beispiel. Ich habe einen Tweet gelesen von Crusher, ist ein LVP-Coach, der aus Portugal kommt. Laut ihm und einigen anderen portugiesischen Pros wird in Portugal seit Jahren einfach gescammt, sowohl von Team-Seite als auch von Liga-Seite. Werden Preisgelder nicht ausbezahlt. Es wurde auch schon sehr häufig an Riot gemeldet, aber es hat sich nichts geändert. Generell haben wegen den ganzen Schwierigkeiten im ERL-System einfach viele Orks ihre LoL-Teams geschlossen. Das heißt auch, viele ERL-Spieler müssen retiren, weil sie momentan einfach keinen Job mehr finden. Und wieder ins echte Leben zurückgehen müssen. Kommen wir zu den einzelnen Ligen kurz. In der LFL geht es größtenteils weiter wie bisher, aber auch hier merkt man erste Auswirkungen. Einzelteams wollen sich zurückziehen. Die Gehälter sind nicht mehr ganz so prickelnd wie in den letzten Jahren, aber der LFL geht es so weiter eigentlich ganz gut. Von dem her hat man hier noch keine so großen Bedenken. In der LVP hingegen wurde die zweite Liga eingestampft. Das heißt, es gibt nur noch eine Liga. Ist jetzt natürlich fragwürdig, wie es für die ganzen spanischen Talente weitergeht, weil sie haben jetzt einfach keinen Unterbau mehr, in der sie sich entwickeln können. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie einen anderen Anbieter dann gibt, der untere Ligen organisiert, wo man sich dann hochspielen kann und zeigen kann. Aber es sackt auf jeden Fall sehr, sehr hart für die spanischen Talente. Und zum Schluss natürlich unsere eigene Liga, die uns alle am meisten interessiert, die Prime League. Es gab ja Rumors, dass sehr viele Teams die Liga verlassen wollen. Haben jetzt nicht so viele Teams wirklich gemacht, aber die Gehälter sind sehr krass gefallen. Es gibt noch drei bis vier Teams, die investieren, sodass sie auch bei den EMEA Masters dann competitive sein können. Aber ansonsten ist das Ganze eher eine Content- oder Streamer-Liga. Für die einen oder anderen wird es auf jeden Fall ein positiver Change sein. Aber gut, ich bin mal gespannt auf die finalen Roster. Von der sportlichen Qualität wird es auf jeden Fall ein bisschen runtergehen. Es ist jetzt natürlich so, dass es sich damit in Deutschland finanziell erstmal nicht mehr lohnt, Vollzeit-Profi zu werden. Weil die Chancen, in die LEC zu kommen, sind natürlich sehr, sehr gering. Und jetzt gibt es natürlich auch nicht mehr so einen wirklichen Unterbau in Deutschland, wo man sich entwickeln kann. Jetzt gab es immerhin zehn Teams, die wirklich solide gepaid haben, wo man sich entwickeln kann. Und jetzt gibt es halt noch vielleicht drei bis vier Teams. Deswegen, wenn man jetzt nicht ein sehr krasses Talent ist, ist es wirklich schwierig, in Deutschland noch Vollzeit-Pro zu werden. Man konkurriert natürlich auch mit anderen europäischen Spielern, die deutlich weniger Gehalt brauchen, weil die Lebenskosten in ihren Ländern halt deutlich geringer sind. Also zum Beispiel ein polnischer Spieler, der kann ja für ein Drittel des Gehalts spielen wie ein deutscher Spieler. Deswegen werden natürlich auch deutsche Teams auch auf ausländische Spieler zurückgreifen, obwohl es jetzt eh schon wenige Spots gibt. Es wird deswegen meines Erachtens eher so werden wie früher, als man aus Liebe zum Spiel und Competitive Drive halt EPS oder ESL Meisterschaft gespielt hat und hat sich halt nebenbei damit das Studium finanziert. Ich habe das die ersten paar Jahre meiner Karriere auch so gemacht, also vor allem 2016, 2017 habe ich noch nebenbei studiert und fand es ehrlich gesagt schon übertrieben geil, dass ich nebenbei nicht arbeiten musste, sondern einfach halt ein bisschen Geld mit League of Legends verdient habe. Auch wenn man zu der Zeit öfter mal gescammt wurde und man dann halt in den Semesterferien geelo-boostet hat, um genügend Geld zu haben. Aber gut, Gott sei Dank ist es in den letzten Jahren in Deutschland nicht mehr so passiert, dass man gescammt wurde, außer bei Panther. Aber gut, anderes Thema. Um ehrlich zu sein, die letzten Jahre waren aber auch wirklich eine Utopie, wenn man es mit fast allen Sportarten dieser Welt vergleicht. In den meisten Sportarten müssen selbst Olympiateilnehmer noch nebenbei arbeiten und im E-Sport konnten selbst Tier-2-Spieler Vollzeit davon leben. Es tut jetzt natürlich kurzfristig schon weh und für viele der aktuellen Pros ist das eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil man jetzt halt retiren muss und wieder ins echte Leben zurückkehren muss. Aber ich denke, langfristig wird dieser Rückschritt dem E-Sport auf jeden Fall guttun, weil in den letzten Jahren wurde es so krass mit Geld um sich geworfen. Das konnte einfach ewig nicht so gut gehen und deswegen musste das jetzt irgendwann mal platzen. Jetzt haben wir quasi einen Neustart und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Zukunft des E-Sports aussehen wird. Aber wenn man die Zahlen der Worlds anguckt, ist auf jeden Fall genügend Interesse vorhanden, vor allem wenn T1 spielt. Deswegen denke ich, dass es mit League of Legends schon noch ein paar Jahre weitergehen wird. Zumindest bis Faker retiert. Das könnte nochmal ein kleines Beben in der Szene auslösen. Aber ich denke auch, dass es offensichtlich wird, dass Riot jetzt den klaren Fokus auf Tier 1 E-Sport legt und eben alles darunter einfach vernachlässigt wird. Was aber natürlich auch was Gutes haben könnte. Vielleicht gibt es dann wieder mehrere Turniere wie früher und es wird nicht alles von Riot kontrolliert. Von dem her, wir werden sehen, wie es weitergeht. Macht's gut, ich wünsche euch was. Ciao.